Hahaha! Genug für 100 Armeen! Haha! Schau an, der berühmte MPP-Nachwuchs! Willst du mehr? Dein Spiel ist aus! Ha! Ikuse! Du hast nichts Neues dabei! Du kennst wohl mit dem Herzen, aber sicher nicht mit dem Kopf! Ihr müsst durchhalten, Jungs! Gina ist bald da! Hoffe ich! Gute Nacht, mein Kleiner! Träum, Süße! Ha! Das wird aber auch Zeit! Ich hab doch gesagt, dass ich komme! Hier! Ich hab ein Geschenk für dich! Wow! Na das ist ja echt super! Gina! Du hast die Spectrums aufgemotzt! Okay, Jungs! Ihr kennt das Spiel! Ich hab dich! Ja, ich hab dich! Dann geht's ja! Gut, jetzt geht's das Spiel! Pinozga! Ist mir ganz egal. Der Sieg war geschenkt. Ich wollte dich schließlich nicht zum Weinen bringen. Wir sehen uns wieder. Roland! Roland? Alles klar? Ich bin gut! Du? Willst du das nochmal umformulieren? Was? Wir, Roland. Wir sind gut. Klar, aber ich... Hey, ich bin der Spectrups-Meister, also... Ja, und ohne meine Spezialteile, werdet ihr Jungs... Ach komm! Ach komm was? Was heißt ach komm was? Was heißt, was heißt ach komm was? Du kamst erst zum Schluss! Oh, zum Schluss. Verstehe. Ich hab allein gekämpft. Ja klar, ganz allein. Ach, kümmer dich ums Labor. Ja klar, mehr mach ich ja nicht.